Ryoji Ikeda ist einer der wichtigsten Künstler aus dem Bereich der Sound- und Medienkunst. Er hat ursprünglich angefangen, als Komponist von elektronischer Musik zu arbeiten und Anfang der 2000er Jahre hat er dann begonnen, seine Kompositionen mit großformatigen Visualisierungen zu begleiten. Ryoji Ikeda visualisiert auf faszinierende Weise in seinen beiden neuen Arbeiten das gesamte Spektrum der Natur. Das reicht von kleinsten Teilchen, also von Atomen, Molekülen über die menschliche Ebene, der Mondüberfläche, der Sonnenüberfläche bis hin zum Universum. Als Grundlage für seine großformatigen Arbeiten verwendet Ikeda Daten, die einerseits aus frei verfügbaren Quellen kommen, er arbeitet aber auch eng mit Institutionen wie der NASA zusammen, deren Daten er dann für seine Werke nutzt. Ich wollte das Universum der Daten schildern. Wenn du die Gäste aus meinem Herzen ausprobieren,